Dresden ist Exzellenzstandort. Das zieht Menschen aus aller Welt an und zwar schon seit Jahrhunderten. Die Touristen kommen von überall her, um hier die schöne Stadt mit großer Geschichte zu erleben. Die Kulturliebhaber nehmen weite Wege auf sich, um hier unsere hochkarätigen Ensembles, um unsere Museen, um unsere Events und Theater tagtäglich zu erleben. Das macht uns zu einer der Top-Städtereiseziele weltweit. Wir haben großartige Kongressinfrastruktur, unglaubliche Fachkompetenz am Standort und deswegen gehören wir zu den Top Ten der Kongressstädte Deutschlands. Unsere Universität gehört zu einer der führenden Universitäten weltweit und deswegen brauchen wir sie. Unterstützen Sie uns bei der Weiterentwicklung unseres Standortes, unterstützen Sie die Exzellenzinitiative der TU Dresden. Vielen Dank!